Wir sind doch wirklich... Oh, Heimspiel! Heimspiel! Ich wollte gerade sagen, wir sind immer so was von weit gegen Ende dran. Heimspiel! Jetzt die Frage gegen wen? Letztes Jahr haben wir uns auch gefreut. Zweite Runde, jawohl. Heimspiel gegen Köln, geil. Und dann sind wir rausgeflogen durch zweimal Modest. Also muss auch nichts heißen, aber Heimspiel immer geil. Nur die große Fragen gegen wen? Wer kommt jetzt? Oh, also das ist Pflicht. Das ist ja mehr als nur Pflicht. Damit müssen wir zufrieden sein. Damit müssen wir sehr zufrieden sein. Ich bin zu blöd zu schreiben. Damit müssen wir sehr zufrieden sein. Damit müssen wir sehr zufrieden sein, Jungs. Heimspiel Bielefeld, damit müssen wir extrem, extrem zufrieden sein. Wild. Sehr, sehr schön. Freut mich. Wichtig, wichtig, wichtig. Ohne, ich habe auch schon mal stark gesagt, boah, muss man ja gewinnen. Aber das ist ein Heimspiel gegen den Zweitligisten, der noch nicht so ganz reingekommen ist. Also da muss was drin sein. Da muss was drin sein. Muss was drin sein. Heimspiel Bielefeld, Pflichtaufgabe. Musst du weiterkommen. Herr Klimowitsch haut uns aus dem Pokal. Da sehe ich mich doch schon. Ja, wir haben schon öfter gegen Bielefeld verloren. So Bielefeld ist jetzt nicht so unser Lieblingsklub, aber trotzdem, das ist halt erstiges gegen Zweitligisten. Das ist ja trotzdem ganz klar. 18. und 19. Oktober übrigens, die Pokalrunde. So, also ich habe vorhin schon ein bisschen was gesagt zum Spiel. Jetzt, wo wir hier alles in der Grafik drin haben, wir spielen zu Hause gegen Bielefeld in der zweiten Runde. 18. oder 19. Oktober läuft das. Es ist ein Heimspiel gegen Bielefeld. Bielefeld ist nicht der Klub unserer Wahl. Wir haben da oft verloren, auch zur letzten Saison verloren, gegen Bielefeld. Aber es ist halt ein Zweitligist, bei dem es nicht unbedingt läuft bisher. Ich würde mir wünschen, dass es da wieder besser läuft. Wir haben Klimowitsch da jetzt hinverliehen. Es ist halt trotzdem, es ist erstiges gegen Zweitligist. Es ist Heimspiel. Es ist eine Pflichtaufgabe. Und wenn man sich den Rest von Partien anschaut, den Rest der Klubs anschaut, wirklich ein sehr, sehr machbares Los. Da können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit sein. So, das ist ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar können wir damit zufrieden sein.